Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, diesmal ein YouTube Orni Projekt. Das heißt, ein Projekt, was nur auf YouTube erscheinen wird, nicht per Live-Stream oder sonstiges, sondern einfach nur per Folgen. Ihr könnt dann Stück für Stück mitverfolgen, wie dieses Projekt vorangeht. Diesen wird im Singleplayer gespielt, nicht auf dem Server oder sonstiges. Das heißt, es wird eine Weile gehen. So, wir erstellen uns jetzt eine Welt. Wir spielen auf jeden Fall Orastic Water. Das heißt, ihr könnt euch das auch selber runterladen und könnt dann dort für euch spielen. Urteilhaft. Ihr seht bei mir schonmal, wie es schonmal vorangegangen ist. So, wir laden die Welt und gehen dann mal rein. Wir spawnen in eine Unterwasserwelt. Es existiert nichts außer Wasser. Und vielleicht unten auf dem Meeresgrund vielleicht irgendwas. Wir werden einen Freund besitzen. Da ist er auch schon. Wir haben, wie gesagt, hier ist nichts außer Wasser. Da oben gibt es keine Erde. Die einzige Erde, die es geben wird, müssen wir es selber machen. Hier ist ein verscholtenes Schiff und sonstiges. Vielleicht finden wir noch ein paar Erz, weiß ich nicht. Ansonsten müssen wir uns die Erze irgendwie anders aus dem Wasser holen. Wir haben natürlich ein Questbook mit vielen, vielen Quests. Also da können wir schon ein bisschen was machen. Und werden wir wohl auch ein bisschen was machen. Und dann klären wir schon mal den ersten Quest, weil wir haben ins Questbook geschaut. Und wir werden nicht mehr dafür sorgen, dass unser Freund da hinten, der nicht abhauen kann. Okay, aber man verleckt das erstmal ein bisschen. Sollte glaube ich nicht so schlimm sein. Wir werden mal so standardmäßig das machen, was man so braucht. Wir haben noch eine Axt, um den Baum zu fällen. Und ein Crafting Table in den Ofen, weil wir müssen irgendwann auch mal Erze schmelzen. In den Ofen, wie wir einen Stein haben, außer der Topf. Hallo mein Freund, bitte bleibe hier. Wie gesagt, lass mal ein Crafting Table. Vielleicht genau weißt du hast Angst vor mir. Gehe ich hier hin. Ja. So, also machen wir uns erstmal was, damit wir hier unseren Freund mal weiter vor und verändern können, dass er hier raus springt. Weiß ja nicht, ob er schwimmen kann. So, jetzt hätten wir uns schon mal und jetzt hätten wir uns da tritts glaube ich aus einer Axt bauen. Meine Nachtpricht verschwindet, das heißt ich kann hier unten gleich nichts mehr sehen glaube ich. Sag ich doch. Und dann fangen wir wie gesagt mal an. Was ist das für Geräusche? Wer seid ihr denn? Wieso kommt ihr da durch, wo ich nicht rein kann? Gut, das möchte ich glaube ich auch nicht wissen. So. Wie gesagt, wir brauchen uns schnell eine Axt. Damit wir in Zukunft auch ein paar Bäume fällen können. Und das war auch ein Quest. Jo, das war auch ein Quest. Kriegen wir Capistron, können wir uns gleich in den Ofen bauen. Bei den Ofen werden wir definitiv auch brauchen. Irgendwie müssen wir ja unsere Erze schmelzen. Ich stelle mir mal auf die Seite. Entschuldigung. So. Ähm. Was brauchen wir endlich jetzt noch? Müssen wir gleich mal ins Quest gucken. Was der nächste Quest wäre. Achso, dann kriegen wir ein Bett. Und wenn wir ein Bett haben, können wir das claimen, dann wird es nachts. Wenn wir uns mal das Bett hier aufstellen irgendwo. Dann haben wir einen Spawnpunkt. Das ist für den Fall, dass wir noch stark sterben sollten. Irgendwie. Dann können wir hier... Ist ja gut. Waut doch mal ab hier. Der Fino oder was ihr auch immer seid. Ihr kommt da nicht raus. So. Schauen wir ins Quest book. Wie es weiter geht. Wir brauchen eine Schere. Sapling. X. Das Leiden Sapling hier wegnehmen. Dann. Ja. Nächste Quest erfüllt. Und kriegen. Opa bauen der Bäume. Ähm. Dann müssen wir uns glaube ich eine Chess bauen. Oder sollten wir nicht erst mal gucken wie man eine Chess baut. Sie haben keine permission. Wir brauchen ein bisschen. Wie soll es ins Kreativmodus gehen. Ah. Wir brauchen... Das ist der Open. Das Ding nicht. Wir brauchen erstmal einen anderen Crafting Table. Ähm. Knife. Okay. Wir brauchen... Blätter. Crafting Table. Und Holz. Blätter kriegen wir da noch. Keiner Vorteil ist, dass halt uns das Quest book zeigt wie wir vorankommen. Und dann bitte setz mal ein Zeppchen rein. Nein, das nicht. Ähm. Wie geht der? Richtig. Ach ne. Nicht das Apple. Das ist mal ein Crafting Table. Wir bauen uns nochmal ein Crafting Table. Ich setze den Tee jetzt hier rein. Wundervoll. Armstein. Schad. Soll ich jetzt mal glaube ich noch was anpflanzen. Und deshalb holen wir uns mal Holz. Aber das Problem ist, dass wir hier nicht rauskommen ohne dass wir ein Kähe haben. Das heißt, wir müssen das erste Level abschließen. Um unsere Base erweitern zu können. So den haben wir. Als nächstes kommt dann... Das Ding muss man jetzt auch drauf stellen. So. Um hier drin können wir jetzt eine Kiste bauen. Wolltet ne? Ähm. Irgendwie nicht. Was fehlt uns denn um eine Kiste zu bauen? So ne Nadel. Okay. Dann bauen wir uns ne Nadel. Okay. Dann bauen wir uns ne Nadel. Die müssen wir erstmal hier drin bauen. Okay. Die Nadel ist auch am Start. Das muss man nicht überhaupt brauchen. Aber wir wollen schon mal die Kiste bauen. Das ist ein vorläufiger Wasser. Ähm. Ich weiß nicht ob es Trinkwasser ist, aber wenn ich es im Ofen packen kann, dann ist es meistens kein Trinkwasser. Und wie ich mir sagte, wir brauchen sogar dieses Wasser. Okay. Dann kriegen wir eine neue Nadel. Und dann kommen wir zu 1. 2 brauchen wir. Und da brauchen wir die Nadel und dieses Wasser. Okay. Dann machen wir uns gleich ein neues. Und dann machen wir ein Spec Leaves. Spec Leaves machen wir. Alles weiß ich schon aus. Blättern. den braucht man nämlich dafür wo ist diese komischen Nadelwiese Ja, reicht. Da können wir sogar mehr zu brauchen. So, weil so schön ist, du sagst, ich endlich nicht... Okay, wir haben Geld erhalten. Was soll ich noch brauchen? Definitiv endlich mal den Berg mit Kisten. Die waren ja auch hier drin. So, machen wir uns gleich mal drei Stück. Um die Sachen wegzupacken, die wir hier haben. So, dann packen wir auch das Geld weg. Das Einzige, die wir jetzt erstmal behalten... Ne, den brauchen wir noch. Weil ich denke mal, wir werden nicht umsonst... ...den Bonsai Hopper bekommen haben. Weil wir haben noch diesen Spider... ...und den wir jetzt da mal in diesen... ...Ponsai Hopper... ...einpflanzen. Dann kriegen wir hoffentlich auch Spinnenbeben. Und sonst nichts. Weil wir müssen uns... ...wollen ja auch mal Erze... ...klar machen. So. Dann packen wir die Bombs nämlich. Dann packen wir die Bombs nämlich. Um, Seeds. Um, die haben mein Problem. Wir haben keine Seeds. Ja. Ich hoffe, hier kommt Seeds raus. Ich spinne mich immer raus. Wenn wir keine Seeds kriegen, haben wir jetzt echt ein biges Problem. Da kann jetzt keine mehr rauskommen. So. Dann müssen wir uns trotzdem dieses Spinnen jetzt mal noch zu brauchen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Jo. 4, 8, 16. 20 Spinnenweben. So. Dann packen wir die Dinge mal. Und die setzen wir uns mal am besten hier hin. Bei den Pflanzen bei der Milch unsere Äpfel an. Das geht nicht. Jetzt. Ich glaube ich jetzt zu tief gehören. Jetzt. Ich weiß nicht ob wir die brauchen werden. Ich denke mal schon, dass wir die brauchen werden. Dann passt an. Es gibt hier nichts zu essen. So. Jetzt haben wir trotzdem biges Problem. Ähm. Das war jetzt hier keine. Was machst du eigentlich hier? Okay. Hier fangt das Ding raus. Aber den können wir so nicht beschleunigen. Gut. Wir gucken erstmal den Questbook nach. Ja. Wir brauchen erstmal ganz viele. Hier. Okay. Ich müsste jetzt noch einen wegnehmen. Und nochmal schnell einquapfen. So. Das ist hier nicht normal quapfen. Zum normal quapfen brauchen wir die Dinge. So. Können wir uns das gleich noch mal ne Chespa. War denn nicht zwei Kappa? So. Dann heißt es jetzt warten. Und ich denke mal die können wir jetzt hier unten rein legen. Und ich denke mal die können wir jetzt hier unten rein legen. Weil damit müssen wir eigentlich Spinnbeben zusammenlegen. Um es netz zu machen. Wie gesagt das Hauptproblem ist dass wir jetzt gerade keinen Baum mehr haben. Und glatt behalten müssen dass hier ein neuer kommt. So. So. Free Willy. Du bleibst mal da. Ähm. Da kann man nicht viel machen. Ja gut, jetzt kommt hier eine wieder hoch. Ich glaube das ist nicht schlecht, das Ding da hinzustellen oder? Warum? Achso, also komme ich auch nicht raus. Warum komme ich nicht raus? Ist doch ein Scherz jetzt hier. Ich komme hier nicht mehr raus. Ähm, hallo? Ist doch ein Scherz hier. Achso. 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 Ähm. Ähm. Es ist glaube ich nicht so wie es sein sollte. Aber anders geht es gerade nicht. Ich würde mir zumindest ein Netz machen wollen. Jetzt kann ich mir eine Angel bauen. Aber eine Angel wollen wir nicht, sondern wir brauchen erstmal ein Netz. Die machen wir uns wie? Hier in einer Reihe. Hier in einer Reihe. So, da haben wir den ersten. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. So, da haben wir ja. So. 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 So viel fangen wir auch nicht. So gut, dann haben wir schon mal falsch angefangen, also wir müssen definitiv erst mal dieses Next machen. Jetzt kommen wir nicht drumherum. So, sagen wir mal wieder, für das eine unendliche Wasserquelle wird. Da ist mal wieder den Schutz hin. Das Spiel will ich nicht abbauen kann. So, dann sind wir jetzt schon mal das zweite Ding fertig. Ich brauche nur davon 4, oder? Ich hole 5 Spielnetze. Die nächsten paar fehlen uns noch und der wächst hier gar nicht ab. Lass sie sich lieber beschleunigen. Okay. So. Bei 2, was steht hier noch drauf? Was steht hier noch wichtiges? Ja. So. 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 here. Too soon. So. So cool. So. So. Ähm, gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit nochmal im Nachhinein Zeppelin zu erhalten? Entweder wir kriegen irgendwie nochmal ein, oder wir müssen uns mit dem Begnügen, was wir jetzt haben. Gut, oder auch nicht wie gesagt. Problem ist auch, dass wir nur 2 von diesen Bonzoi-Mods haben. Den Rest müssen wir uns irgendwie irgendwo ergaunen. Oder ertraden. Ich würde jetzt ähm... Eigentlich würde ich sie gerne zu Ende machen, aber das Problem ist, dass das jetzt zu lange dauern wird. Und ich hatte eigentlich vor, noch eine Folge zu produzieren. Ähm, ich weiß noch nicht, wie wir uns jetzt am besten machen. Aber wir würden, ich würde jetzt sagen, wir beenden die Aufnahme und sehen uns dann in Teil 2, also übermorgen wieder. Beziehungsweise in dem Fall ja, wenn wir jetzt hier gucken. Also, wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo und ein Follow da. Das ist ja selbe, ne? Ein Abo und ein Follow da. Und droppt mal ein Like, ne? Weil Däumchen sind Träumchen. Ich habe mir so eine magische Grenze gesetzt. Ähm, die würde dann auch so circa bei 30 Minuten sein. Pro Folge. Ähm, wie gesagt, ich versuche es nicht zu schneiden, aber werde es wahrscheinlich auch doch schneiden. Ich weiß das alles noch gar nicht, wie es verstanden geht. Ähm, aber auf jeden Fall, zeig mal. Ich danke euch für dabei sein. Ciao, ciao. Ich bin denn mal weg, ne?